Hey, hey, hey! Hallo, wir sind's, Auletta. Bei uns stehen demnächst jede, jede Menge phänomenale Dinge an. Zum Beispiel kommt Ende Juni unser Debütalbum Pöbelei und Poesie heraus, aus dem Bau. Dazu die passende Single, Zeitgleich, Einhänge, Kein König. Und während dieser Zeit spielen wir jede Menge Konzerte und unter anderem auch Festivals wie das Southside und das Hurricane. Wir würden uns sehr freuen, den einen oder anderen von euch dort oder woanders zu sehen. Ansonsten, was ihr für uns tun könnt, wenn ihr Bock habt, ist euch in unser Street Team zu melden. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr euch eintragt. Ich glaube, das ist hier auf der Seite unter diesem Street Team ein Newsletter. Dann bekommt ihr einen extra Newsletter, der nur an euch rausgeht. Und da steht alles weitere drin. Was ihr für uns tun könnt, wären Flyer verteilen, Plakat aufhängen, Mundpropaganda als immer noch bewährtestes Mittel und uns den Überfluss, Berg und Tal und Land, unsere CD und unser Namen in die Welt tragen. Dafür bekommt ihr auch ganz tolle Pakete mit ganz tollen Sachen vor uns zugeschickt, sobald ihr euch da eingetragen habt und ab da ihn nur noch bevorzugt in allen Bereichen des Lebens. Wir würden uns freuen, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.